Ja, ich habe jetzt nochmal nachgelesen und nachgeguckt, wie das jetzt ist mit der Mission, was man da machen muss an sich und so weiter. Und ja, dabei kam raus, dass ich erst die Raketentürme zerstören sollte und danach die Türme, also die Geschütztürme auf den Gebäuden. Und ja, ja gut, die kann ich dann währenddessen auch nochmal angreifen. Hier hinten war ja der eine. So. Na, komm schon. Okay, irgendwo. Okay, weiter bin ich ja bis jetzt noch nicht gekommen gewesen. Was war das denn jetzt? Okay. Hm, das war wohl dann nichts. Ähm, ja, mhm, mhm, mhm. Ja, es bedeutet einfach nochmal und weiter probieren. Ja, es geht einfach darum, dass die Y-Wings, ähm... Accelerate to attack speed. So. Sieben, acht. Ah, acht war's. Genau. Ähm. Ich bin hit. Ich bin hit. Ich bin hit. Schade, dass die nicht gezielter kommen. So, das waren die Raketentürme und jetzt ist die Frage, welche ich zuerst platt machen sollte. Da ist noch einer. Puh, bis jetzt habe ich... Oh, Mist. Puh, ähm... Ja, mhm, liegt einfach daran, dass die Y-Wings zerstört werden und ich die eigentlich beschützen muss. Die Frage ist eben nur, was mache ich am besten zuerst? Hm. Remember, let the Y-Wings take care of the yachts. Rogue Squadron flies cover. Accelerate to attack speed. Go, dann... Jane here. Ich bin hit. Ach so, von ging es hoch. Ich bin hit. Find hit. Hm. Good work. Dahinten war noch einer. Let's keep up the good work. Nice shot. Rogue Leader, we don't want to destroy those double. Verdammt. Nach. Okay, das ist echt so. Ich sollte... Äh, jetzt hatte ich da gerade irgendwie drei Aufnahmen gestartet und beendet. So ungefähr. Falsch hast gedrückt. Nicht so cool. Ähm. Da wird jetzt wieder nichts zu sehen sein. Deswegen fange ich gerade wieder an. Ähm. Ja, da muss ich mir jetzt eine Taktik überlegen. Hm. Vielleicht erstmal die interessanten Türme zerlegen. Accelerate to attack speed. Das wäre unter anderem einer. Ich bin hit. Ähm. Ich bin hit. Ich bin hit. Nice shot. Sehr schön. Der war... Das war ein guter Schuss. Und noch ein Gegner. Also ein Gegner, das... Raketenteil. Gut. Sehr gut. Das sind nur noch die Türme. Was soll das denn heißen? Der ist schon... Oh Mist. Das sah doch gerade so gut aus. Ah, komm schon. Okay. Ähm. Das Ganze soll unter 5 Minuten zu schaffen sein. Ähm. Ist eben die Frage... Von wem. Achoo, der Stabilizer ist broken loose again. See if you can't lock it down. Ähm. Ich bin hit. Nice shot. Gut. Das ist dann Turm Nummer 1. So. Nächster. Ich frage jetzt, wo sind noch andere? Da ist noch einer. Thanks, Road Group. I'm clear. Jetzt hat mich was erwischt. Na, da unten sind noch Walker. Oh Mann. Das ist ja jetzt voll übel, wenn da unten noch Walker rumrennen. Da muss ich ja... Ah, und hier ist noch ein Geschütz. Verflucht. Dann haben wir auch schon so viel Leben wieder verloren. War natürlich jetzt gerade genial. Da unten war noch was. Luke. Luke. Ah. Nächster. Nächster Teil. Nächster Teil. Was habe ich denn diesmal falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, jetzt kommen wieder die Dingens. Jetzt können wir wieder nichts sehen. Wir werden nochmal beginnen. Es ist echt frustrierend, wenn das einfach nicht funktioniert. Dann müssen wir hier auf einen anderen Flieger nehmen, also so. Ja, ist gut. So. Auch noch übersprungen. Accelerate to attack speed. Nice shot! Gut, jetzt kommt noch ein roter. Verdammt. Und hoffentlich der dritte Grad noch. Sehr schön. Da haben wir den Tower. Ah, hier hinten schießen welche. Und hier hat einer noch geschossen gehabt. Das hatte ich mir gemerkt. Grad mit zerstört. Also, was soll's. Okay. Jetzt ist die Frage. Das hier ist noch ein Feind? Sollen wir die nicht zerstören? Road to destroy wird ja eigentlich heißen wir wollen sie.